I need to do my best to Alter, alter Also als ich vorgesehen Temtem aufgenommen habe, war das nicht so schlimm beim Husten Obwohl ich da eigentlich mehr vorlesen musste noch als hier Ähm, was wollte ich machen? Genau Äh, du, du eigentlich gar nicht, wobei Ja, hier kommen, nimm mal Ich hab's ja Die eine Kugel davon, die zehn davon Ich wollte den da eigentlich anklicken Äh, nicht falscher Skillbaum, hier wollte ich natürlich Äh, Randattacke kommt darauf Was davon ist der Abwehrbrecher? Hab ich jetzt mal Abwehr auf B oder auf A, ich bin mir nicht ganz sicher Hm Aber ich glaube auf B war der immer, ne? Das heißt, du kommst hier hin Und dich würde ich gerne löschen Entfernen, X Gott Finde ich in Ordnung Ähm Ich wollte nochmal Community checken Aber ich glaube, ich hatte ihn tatsächlich doch schon eingesortiert, oder? Äh, ja, da ist er, okay Also nicht zum Gucken Aber ich könnte mal gucken, ob ich mal wieder was Ver... Also erhöhen kann Die Maximalgrenze irgendwie Sieht aber nicht so aus Schade So Da hat er doch schon direkt ein Training vor mir Das werde ich mal eben angehen Denn das ist wie wichtig Na, wo ist es denn? Äh Das müsste hier sein Äh, das müsste... Da Nee Hä? Gut, dass, äh, das so... Äh, gut ist, ja Über mir irgendwo? Aha Toll Hallo Training Na, nur eher Finisher, Baster Ach, Böbel 30, Sahl Easy So kann ich das jetzt erst machen? Frau, wie einer ist ab 30 Äh, 50 gewesen Krass, Mann Hab ich eh wenig hin In diesem Level Bäm Haha, nee, ich vermutlich so ich hab' ich block' Ich hab' ja schnell nicht so slow Da komm Ich hab' so müde ich nicht, geht doch Au, ach Du war' ich super, oder was? Ich hab' in Ruhe Liebe drüben Hahaha Wow Ich hab' das Schade gemacht Hey So, machen kämpfe Spaß Finisher Baster Huuu Aber auch enorm Schaden Okay In Nummer Schaden ist immer enorm gut Und noch was zum Ausrüsten Der da Wahrscheinlich besser als die jetzige Also nehme ich es mal auf den da rauf Zack Kann ich es auch direkt verbessern? Äh, nö Das muss nämlich Level Bemütig sein Das dauert noch Viel zu lange wahrscheinlich So, ab zur Weltkarte La 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 Keine Mission Okay Also Story Kann ich mit Leben Ich will es nicht beschreien Aber ich glaube ich hab' mich ein bisschen ausgehustet Gerade geht's nämlich einigermaßen Aber ich hab' auch lange nicht Äh, meine Stimme verstellt Um was vorzulesen Auch wenn es nur leidverstellen war Aber es, äh Doch, äh Verstaunlich Aber tatsächlich Meine Stimme noch leicht verstellt Reiter schon aus Um mehr Anstrengung zu haben Das ist ein Hustender zu produzieren Fies Ja, super Toll Reiner Und da war der Husten wieder Hallo Ne, ich glaub' auch nicht Hat der auch beim nächsten Mal schon so eine kumische Stimme gehabt Klingt schon eher nach ihm Ja, nicht wirklich Sorry, aber wir werden dich später Erstmal müssen wir Goku zu Master Roshi's Platz Und schnell Was ist passiert? Zwei Chichi voll Genau Ja, Cyborg ist ausgebrochen Aber sonst Sonst ist alles in Ordnung Voll gut Und das so Die kommen auf den Weg zu Son Goku's Haus Und so weiter wissen, wo er wohnt Naja, offenbar nicht so richtig Gameplan Hey, Sixteen What about you? You know something, right? Goku's house is located in the mountains in East District 439 So you did know something? You're just full of surprises Did Dr. Giraud tell you that? Affirmative If we fly, we should arrive in a matter of minutes Ja, eher Sekunden, so schnell wie er fliegen können dürftet Naja, ihr könnt eigentlich auch fast genauso schnell laufen Würde ich meinen Ich meine, ja, das sollte auch fix machbar sein You're such a whiner It's gonna be more fun this way Genau Genom Spaß hier, ist doch klar In the neck? Heißt du dich irgendwie ass? Oh, ist das nicht kindgerecht genug für Dragon Ball Ihr meint, diese Kindanpassung, unglaublich Storybelohnung War nicht so viel Na? Könnt ihr meinen Ventilator hören im Hintergrund? Schönes Rauschgeräusch, ne? Ich hör ihn gut Trotz Kopf, hör auf den Kopf Naja We're just about at Master Roshi's place 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 I don't try Hey, Krillin Yeah? We should probably let Bulma in on everything that's happening, don't you think? Uh, yeah, you're right So, what does that mean I have to call her? Uh, man You know, your mom isn't exactly easy to talk to sometimes Haha She's the same in my time too Warum auch anders? Piep, 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 piep Okay Is my son, uh, my future son, there? Huh? Oh, uh, yeah Why? What's up? Well, I heard from headquarters that we got a call a few days ago From someone out west in the countryside They said they found a strange vehicle in the mountains That had capsule corporation written on the side of it I got them to send me a photo Which I then tried to match with a database of our products To see who it might belong to But it didn't match anything I could find I thought Trunks might know something about it It's covered in moss and it looks really old Would you mind taking a look for me? I'll send you a pic Wait, this is Yeah It's definitely the time machine I came here in But how is that possible? I've got my time machine right here with my other capsules Yeah I thought this might be a time machine But what's it doing in a place like that? Do you know the exact location of the time machine? Well, not the exact location But I do know that it's somewhere out in west district 1050 You headed there? Yes, I'd like to see it for myself Then I'm coming too We can meet up near the machine's location I'd like to help you look for it too Is that okay? Of course Thank you Oh, y'all You're welcome Gohan Don't worry, Mom We're not going anywhere dangerous We'll be safe Ach, Chichi gibt's auch nicht auf Zack Oha, da sind sie Fiesen, äh Fiesen Berserker Gegner Ich langsam mal besiegen wollen, sollen, wollte, aber Das Team spielt es einfach nicht an dafür Es ist voll nervig Aber ich gehe mal stark davon aus, dass ich noch vor Oh, neben die Mission ist aus Ach so Ach, der wieder Toll Ich gehe stark davon aus Dass ich noch vor Ende des Cell-Saga-Dingens Und Freiwilligungsdingens kriegen werde So kurz quasi vor dem letzten Turnier Wo halt diese Pause zum Training ist Diese 10 Tage, die es da waren Um wieder mal ein bisschen zu entspannen Also ich da einfach mal meinen Freigang bekommen Und auswählen kann ich nicht mitnehmen und so weiter Das ist einfach hoffenswert Und dann werde ich hoffentlich auch genug stark Bestecke besitzen, um die ganzen Typen da zu killen So Sehen wir dann, aber ich bin optimistisch Ach so Ja Schon klar Schon sehr strange Autsch Ich muss dem Drang wieder stehen mitzusingen Das ist äh Ich sollte generell wenig sprechen Das wird viele von euch freuen Aber Man muss sowas ja eigentlich machen Wenn man jetzt playt Oder reden Ich glaube, das gehört dazu Doch, habe ich mal irgendwo gehört Hat irgendwer gesagt Während eines Let's Plays Dass man dabei reden muss Was wäre es kein Let's Play Na klar, das ist Let's Play Aber Gib doch jetzt play Den mach aber nur Let's Play Ohne was zu sagen Das ist nicht ganz schön dämlich Irgendwie Äh, ich glaube, ich kriege hier keine XP Ist gar kein Kampf eigentlich Na egal Hey, ihr seid beide hier So, das ist die Zeitmaschine die du sprachst Ja, das ist richtig Hier Ich nehme meine Zeitmaschine Check es raus Check es raus Das ist die Zeitmaschine die ich in As du kannst sehen Es ist identisch mit der anderen Hm, aufbei steht Hoop drauf Aber dieser sieht, wie er hier für eine sehr lange Zeit Indeed Es sieht, wie etwas hat das durch den Dome von der Inseite Tja Lass uns mal schauen Was ist das? Tja Eww, was ist das? Naja, eine Kokosnuss Alien Kokosnuss Offensichtlich I, I'm not sure What's it doing in the time machine This is some sort of egg Kokosnuss What's going on It's not just this egg that confuses me though Nee Ich glaube, ihr die Zeitmaschine an sich, ne I looked at the onboard panel and happened to see when this time machine left What do you mean obviously obviously it's from the same time as you right actually it's from even further in the future three years after I left Oh ha Three years And that's not all The panel showed that it arrived here four years ago Huh So that means this thing arrived here one year before I did Krios What's going on Why did this thing come here I thought the reason the two androids Goku and the others fought were different And the reason history had changed so much was because of my coming here Wer weiß But this It's possible This thing might actually be the cause of all the changes Was übrigens nie genau nochmal aufgegriffen wurde also vielleicht Vielleicht auch nicht Ich glaube es aber eigentlich wenig Ich denke mal 16 C-16 gab es da auch schon in der Zukunft irgendwie Auch weil er nicht aktiviert wurde aber er gab es garantiert auch weil ich bin sicher der wurde nicht in vier Jahren gebaut oder so Das halte ich unwahrscheinlich vor allem dass dieser Larve-Typ irgendwas verändert haben sollte was soll er gemacht haben Ist er nicht aufgefallen Ich dachte ich als wäre ja schon vernichtet worden von irgendwem Sehr eloquent von Wuhan Ah doch noch ein Krampf Ach nee doch nicht Ja Quasch Ich hoffe es kommt ja klar Irgendwas totes Es ist ein kinder exoskeleton Ich glaube es ist gerade Vielen Dank.